Hallo, ich bin lange nicht mehr da gewesen, einen besonderen guten Tag an Herrn Tierarzt Lila. Sie haben Anfang Dezember 2020 ja gesagt, dass Menschen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung versterben werden. Und dann ist es natürlich extrem wichtig herauszufinden, das haben Sie wörtlich gesagt, ob der Grund die Impfung war oder ob es eine andere zugrunde liegende Krankheit gab. Ich habe intensiv recherchiert und ich habe gesucht nach Objektionsberichten, nach irgendwelchen Ergebnissen. Und aus einer österreichischen Krankenschwester, die bestätigt wurde, die durch den AstraZeneca-Hüpfstoff gestorben ist, habe ich keine klaren Ergebnisse. Herr Lila, könnten Sie dazu irgendwas mal veröffentlichen? Denn ich das von einem Freund erfahren habe, der an der Pathologie arbeitet, gibt es da auch einen erheblichen Druck, eben gerade keine Obduktionen zu machen. Ich meine, das Gesundheitssystem war vorher, vor Corona, schon extrem marode und die Obduktionen waren eher selten. Aber jetzt wäre es doch gerade wichtig, angesichts der Millionen Corona-Toten wirklich herauszufinden, was denn da Sache ist. Ich verstehe das nicht. Naja, nun hat man AstraZeneca gestoppt. Ein Impfstoff ist also vom Markt. In Deutschland noch nicht ganz. Man hat ihn wieder eingesetzt. Aber in anderen Ländern, zum Beispiel Italien oder Ungarn, ist er jetzt erst mal gestoppt worden. Wegen zahlreicher Nebenwirkungen, vielleicht wegen zu viel Toten. Wenn ich mich recht erinnere, hat Frau von der Leyen das am Anfang in ihrer großen Geberkonferenz auf AstraZeneca endliches zugesagt. Ich weiß nicht, ob es eine Milliarde war oder mehr. Ich habe es nicht genau herausgefunden. Aber wieso konnte man denn diese Milliarden nicht dazu einsetzen, dass man das Gesundheitssystem, was nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, England und überall woanders wahrscheinlich extrem marode ist, wieder zu sanieren. Warum musste man die skrupelloseste, tödlichste und teuerste aller Möglichkeiten wählen, indem man die Pharmakonzerne subventioniert? Naja gut, also AstraZeneca scheint aus dem Rennen zu fliegen. Für Geld ist sicherlich der Gewinner. Aber da gibt es ja noch einen Impfstoff. In Russland, Sputnik V. Kann es sein, dass AstraZeneca aus dem Rennen fliegt, weil die mit den Russen zusammenarbeiten wollen? Ich will hier nichts für den russischen Impfstoff für sagen, weil das ist auch ein Vektorimpfstoff und er hat auch seine Typen. Aber in Russland ist zumindest noch keiner gestorben und die Nebenwirkungen halten sich in Grenzen. Und die Impfung ist weitestgehend freiwillig. Es wird also nicht zu einem erheblichen Druck rausgeballert. Warum wird dieser Impfstoff nicht zugelassen? Wieso impft man nur alte Menschen? Und wieso ist die Impfung bei uns nicht freiwillig? Ich meine, wer geimpft, ist der erstmals sicher. Naja, es soll nicht so sein. Und vom EU-Rat hat ein guter Mann, der sicherlich auch nicht gewählt ist, gesagt, wir sollen auch nicht blenden lassen von den bösen Russen und den bösen Chinesen. Er sprach von Russland und China. Wer sind denn wir? Und er sagte, ich zitiere, beides sind Regime mit Werten, die weniger erstrebenswert sind als die unseren. Ist das so? Wie gesagt, an Sputnik V ist zumindest noch keiner gestorben. Auch Italien und einige andere EU-Länder, auch darunter wieder Ungarn, Spanien überlegt, wir haben kein Problem mit Russland, Geschäfte zu machen oder mit dem Impfstoff zusammenzuarbeiten. Aber es gibt auch Menschen, so wie mich, die überhaupt nicht geimpft werden wollen. Und es gibt Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen Angst haben müssen, an der Impfung zu versterben. Wieso gibt es diesen Zwang? Wieso werden Kritiker, die einfach auch nur Fragen stellen, sozial und wirtschaftlich zum großen Teil vernichtet? Wieso müssen die Grundrechte immer noch ausgesetzt werden? Das Weimarer Gericht, das Verwaltungsgericht hat festgestellt, dass es nie eine Lage von, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite gab. Wieso haben wir immer noch einen Lockdown? Und wieso wird ständig Panik gemacht im Fernsehen? Der Herr Lauterbach ist immer wieder unterwegs. Mich persönlich betrifft es insofern, als dass ich merke im Alltag, dass ich ständig gegen irgendwas bestraft werde. Bestraft auf einer Maßnahmen, Verordnung, Konglomerat, keine Ahnung, jedenfalls, es gibt keine gesetzliche Grundlage. Ich muss irgendwelche Strafen bezahlen oder ich kriege irgendwelche Ordnungswidrigkeitsverfahren. Das schränkt mich in meiner Bewegungsfreiheit schon sehr ein. Ich bin auch mal wieder vertrügelt worden. Ich bin in der Schlossstraße mit dem Fahrrad ohne Maske gefahren. Das waren jetzt keine Ordnungskräfte, das war auch keine Polizei, nein, nein, das waren irgendwelche Leute, die der Meinung waren, ich müsste auch eine Maske tragen, auch ein Fahrrad, auch ein Fahrrad. Ich habe immer wieder überlegt und recherchiert, wie kann es eigentlich so weit kommen? Und ich lande immer wieder bei Hannah Arendt. Sie hier auf der Straße zu zitieren, ihre Gedankengänge wiederzugeben, wird im Rahmen sicherlich sprengen. Aber einige Ansätze und Anregungen zu nachdenken sind möglich. Denn wie unterscheidet sich denn zum Beispiel das jetzige, ich nenne es mal Corona-Regime von totalitärer Herrschaft? Arendt sagt, dass es bei totalitärer Herrschaft auch um den Versuch geht, Menschen als solches zu transformieren. Das unterscheidet sie von gewöhnlicher Diktatur. die hauptsächlich auf Raubversklavung und Ausbränderung aus ist. Da fragt man sich doch gleich, was soll denn mit dem mRNA-Impfstoff, der gar nicht ausreichend erprobt ist, erreicht werden? Arendt beschreibt auch, wie das NS-Sigem versucht hat, Menschen zu transformieren. Doch das ist leider nicht gelungen. Oder Gott sei Dank im Nachhinein. Um totalitäre Systeme durchzusetzen, braucht es eine Supra-Idee. Es war vielleicht in der Ahnung, dass man in den 70ern gestorben, das Wort Supra, vielleicht würde man heute Ultra oder Mega sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Idee, deren Anspruch auf absolute und totale Geltung von der Bevölkerung ernst genommen wird. Wie sieht es dann aus mit der Tödlichkeit des Coronavirus? Reicht das? Ich leide jeden Tag unter Kontaktbeschränkungen, Masken, Lockdowns. Ich kann nicht mehr in meinen örtlichen Buchladen gehen, weil die Dame vor lauter Angst stürmt und wir haben schon 20 Jahren kennen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich denke, ich bin da nicht allein in dieser Erfahrung. Aber wir müssen das ja alle machen, weil es das kleinere Übel ist angesichts des Todes in Herr Lauterbach oder Herr Spahn, ich weiß nicht mehr, wer so beschrieben hat, dass wir ja alle ertrinken, wenn wir am Coronavirus sterben, dass man nicht mehr atmen kann. Auch das kleinere Übel hat Hannah Arend ganz gut aufgegriffen, denn es ist wie eine Konditionierung. Die Hinnahme des kleineren Übels wird bewusst dazu genutzt, die Bevölkerung im Allgemeinen daran zu gewöhnen, das Übel an sich zu akzeptieren. Ich denke, das sollte ich an der Stelle fast noch spät lassen. wollen wir alle das Übel akzeptieren überhaupt als ganz normales Ding im Alltag. Es ist ja nur das kleinere Übel. Bei dieser Recherche bin ich auf etwas anderes Interessantes gestoßen, was ich nicht wusste. Und zwar hat Adolf Hitler tatsächlich über die Einführung eines Volksgesundheitsartests nachgedacht und das auch vorgeschlagen. Durch staatliche Röntgenuntersuchungen sollten alle Kranken, besonders Herz- und Lungenkranke, erfasst werden. Wozu brauchen wir eigentlich einen elektronischen Impfpass, den wir an jeder Grenze vorlegen sollen? Aaron forderte dazu auf, passiven Widerstand zu leisten und sich vor allem verantwortungslos zu verhalten. Also keine Masken und keine Abstände. Dankeschön. So lange drauf drücken, bis